Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Minecraft-Rätsel, wo ihr mit der Auflösung des letzten Rezepts und dem neuen Rezepts, was ihr im Qtaren auflösen könnt. Letzte Woche habe ich folgende Frage gehabt und zwar, wie kann ich mit diesem Minecraft durch diese Wand hier fahren. Einfach so, wo es dann gar nicht funktioniert. Und ich will trotzdem hier durchfahren. Ich frage einfach jetzt, wie funktioniert das, dass ich auf die andere Seite hier komme. Also wir müssen jetzt einfach eine Stare nehmen. Ja. Brück zum Beispiel, keine Ahnung, ist ja schon, ist egal. Einfach so etwas da dransetzen. Ich hoffe, wir haben das richtig gemacht jetzt. Und dann, ah, und so. Dann könnten wir auch da durchfahren, außer ich muss natürlich auch falsch. Ähm, wie farben das? Ich hoffe, wir vergessen mal was. Achso, muss das erst, ja, ok, mal was. Binden. So. Wie sieht das auch so? Ich glaube nicht, ne? Na. 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 Na, ok, man muss alles hoch machen. Mit der Kurve hier. Und dann ist der hier so da ansetzen. Also, so. Und dann können wir den durchfahren. Die Note funktionieren. So. Meistens. Hey, Lull. Okay. Also funktioniert das. Bestimmt jetzt einfach mal hinbekommen. Na. Du musst es auch so anders machen. Ich bin also auch im Fehlen. Aber irgendwie so funktioniert das. Oder vielleicht wurde es auch gefixt. Weil ich bin jetzt auf der 1.13. Ich habe das noch richtig in der 1.12 noch gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Ich halte jetzt auf der 1.13. Und das ist wahrscheinlich gefixt. Scheiß Mojang. Zusammen kommen wir zum Rätsel für heute. Und zwar. Ich brauche jetzt mal Burmiel. Und Dirt. Und Tageslicht. So. So. Dann kommt mal so ein Baum. Ich will mit mir die von euch wissen. Wie kann ich diesen Baum verändern. Ohne dass ich so was abbaue hier. Eigentlich kann komplett nur ein anderer Baum da steht. Und dass ich den. Abbaue. Irgendwie. Ja. Wie schaffe ich das? Irgendwie so ein komplett anderer Baum. Und so. Und dass ich ihm den Baum hier so wegbaue. Wie geht das? Ich schreibe mir jetzt den Grund da rum. Und beachtete auch ein bisschen, dass ich jetzt auf der 1.13 bin. Vielleicht. Ne? Gut. Dann wäre es das gewesen. Sehr gefallen. Lass eine Post hier. Irgendwann. Haben wir nicht vergessen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Giem. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.